Hey Leute, ich bin's, Mac Paverick. Viele sind ja Fan vom sogenannten Dark Mode, Dunkelmodus, deshalb zeige ich euch mal, wo ihr den bei Twitter findet und was ihr da alles einstellen könnt und wie ihr das einstellt. Ihr klickt also links oben auf euer Profilbild, auf Einstellung und Datenschutz, dann geht ihr so ein bisschen runter, Barrierefreiheit, Anzeigen und Sprache und dann seht ihr hier den Punkt, den zweiten Bildschirm, da drauf drücken und dann seht ihr hier bei Bildschirm schon Dunkelmodus. Da könnt ihr einmal drauf gehen. So ist der Dunkelmodus aus. Ich kann jetzt einstellen, dass er automatisch bei Sonnenuntergang sich aktiviert, dann richtet sich das also nach meiner Smartphone-Uhr. Bei neueren Android-Versionen kann man auch einstellen, dass das über die Android-Einstellung geregelt wird. Hier kann man ja bei Android auch Dunkelmodus an- und ausstellen. Wenn man das jetzt nur für Twitter regeln will, dann schalte ich den hier entsprechend an und ich habe da den Modus Licht aus oder eben den Modus Dim, dann ist es noch ein bisschen heller. Aber bei Licht aus ist es am dunkelsten. Ja, so schaut das aus. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Peverick.